Bam! Ich bin so gut. Geil. Wer ist er denn da? Ach, Laris. Laris wartet hier auf uns. Was steht denn da rum? Joa, willkommen zu Jurassic 2. Joa, willkommen. Die Nacht ist Raben. Was, echt? Ja. Wie machen wir gerade jetzt eine Raben-Quest? Ich weiß. Eine Raving-Quest. Finde ich voll geil, ey. Wie er das rafft, dass da kein Regen ist. Nice. Das kriegen manche AAA-Titel nicht hin. Aber es ist ja auch eine Mod und nicht vom Entwickler. Das stimmt. Aber Fanart. Ja. Ähm. Aber weiß ich gar nicht. Kann man Gothic als, also damals als AAA zeichnen? Ja, AA war. Ist ja schon nicht unbekannt. Das kennt ja nur jeder. Das muss ich machen. Wenn sie die Tür aufmachen jetzt. Aber die ist zu, ne? Ohne den richtigen Schlüssel krieg ich das nicht. Ja, dahinter ist rote Farbe. Rote Farbe. Äh. Aber es ist natürlich Gothic nicht so krass erfolgreich. Also in Deutschland ist Gothic wohl ziemlich krass erfolgreich. Aber im Ausland halt nicht. Gerade weil es halt deutsch so geil ist. Na. Originalton ist halt deutsch. Echt? Originalton ist deutsch? Ja, deutsche Entwickler. Krasser Typen. Das finde ich ja zu witzig. Weil bei Steam. Weil ich gestern. Jetzt habe ich mit anderen gequatscht. Bei Steam steht 20 Stunden englische Sprachausgabe. Ich glaube du hast deutsche schon 100 Stunden oder so. Das ist halt. Na 20 Stunden ist nicht wirklich viel, ne? Eigentlich nicht. Damals vielleicht schon. Damals war ja noch nicht alles vertont. Ja. Und ähm. Wenn du mir denkst. Weil früher war ja. Und jetzt war halt Text. Oder ganz oft. Das Spiel GTA 3 zum Beispiel. Da hat es ja auch nur gehabt. Dass alle anderen geredet haben. Nur der Held nicht. Na. Der da nur. Oh. Das glaubts ganz oft. Oh. Okay. Einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Nicht hingucken weiterlaufen. Wie sieht man da wachen? Ja. Ein Leertaster. Ja. Oh. Das ist krass abgebogen. Das war doch Arschloch. Klasse Typ. Du kannst ja wenn Laris angreift kannst du ja dann. Hast du dir das mit dem Weid auch gut überlegt? Willst du da wirklich rein? Jetzt kommst du zu mir oder was? Willst du mich verarschen? Das ist echt ein Arschloch. Arschloch vorne. Du kannst wieder gehen. Ja ne? Ja. 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 Gut mein Freund. Dann folge mir. Jetzt wirds eklig. Ich glaube die Tastatur hat so eine anziehende Wirkung. Das ist aber nur scheiße die Katze. Ja das auch. Du kannst auch hier. Du kannst auch hier erst vermeidet sie mich die ganze Zeit und gehen zu ihm und jetzt wo ich die Tastatur habe springt sie mir auf die Tastatur. Ich ein kleines Arschloch. Und wie ist das Zauber ziehen? Äh. Feuerfall ist 4. Und schießen tue ich dann. Ich muss dann links Maus auszuhalten und du musst dann nach oben drücken. Nach oben? Dann laupt nach vorne im W halt. Der da. Vorne ist der Wolf. Soll ich? Ja. Los. Lass es einfach. Das ist so jämmerlich. Und die Leertaste ist wieder wegstecken. Warte. Wie konnte denn der Lares treffen? Der ist auch. Schöner läuft da oben. Okay. Und dann 1 ist Waffe halt. Oh ist ein zweiter. Mach so. Ich hab die andere. Einmal 1 drücken. Ja hab ich doch. Da müssen wir nach vorne. Und im richtigen Moment muss ich nochmal nach vorne drücken. Mach da den Stich noch. Warte. Trinierung. Ich hab auf den Button alleine. Ich hasse so bedeutete Tastaturen die irritieren mich total. Das ist egal. Du musst ja nicht hingucken. Ja doch. Links. Warum? Das weiß ich jetzt gesehen. War das ein Bark? Oh. What the fuck? Okay. Ab. Nein. Ich hab's los. Schnell looten das Viehchen. Ich kann mich nicht bewegen. Ja das auf der Lauf. Mach mal die Leertaste und dann wäre er weg. Weck. Ich kann kein Wehm. Keine Kuh. Keine Währung geht nicht. Nee. Geht nicht. Mach mal 1. Klappen. das war doch im wald bekämpft das war ein wolf gewesen also ich mache ja 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 das ist ein bisschen kompliziert alles also vor die keine ich den maler trinken wir können mal aber das ist die dieser auf und wird sie die wieder ein klein trinken weil aus diesen A-Sternen können wir einen Trank machen, weil das bringt ja mehr aber zwei Stück? BAM ja, trotzdem mehr so einen Trank nee, ne Güte, ey war der ja gefeiert schon, ja? ist egal kannst du ruhig campen so kleine Drehung kann ich auch machen, einen Baum und so Laris? Nee das schaffen wir ok, noch einer? war nix? schatz Maul man hatte ich nicht gemacht ja 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 hatte ich auch oft genug gehabt das Fleisch ist nicht so wichtig ich wollte es nicht so ich weiß ich will jetzt zum Wolfgrand hier kommt das Skelett jetzt das echt ein Üb... oh, da hast du ein... ich weiß es nicht, ich hab das schon gesehen ich hab das echt ein Übler Wald hier, das ist echt äh das Skelett hätten wir glaube ich das hätte so... alone gebumst ja ja ist hier nix? ich auch nicht ja ha 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 ich hab schon wieder raus getroffen ey, das gibt's doch nicht das ist so'n Spaß, ey wir machen keinen vorher, weil mein Laris dabei ist das ist echt so'n kurzen ich will irgendwas machen aber er rennt halt immer rein, er macht so'n Absicht ich weiß richtiger Pinnei ich speichere nicht so oft, ey ich weiß nicht, wie oft man speichern darf, bis es abstirbt ach, hör auf zum Heuern jetzt, ey ich speichere so oft wie ich will mein Gott ich speichere wirklich nicht so oft nur das Quicksave, sonst kann nicht kaputt gehen ernsthaft? ja, ja, ja ich glaub ich guck ja nicht bei immer des Rocket Beans Let's Play, ich bin auch Quasi 2 aber anders ähm ok, wir machen Goblin wo schießt ihr denn? ja, und los wir nehmen ok, Mess einmal eins, das dauert dann eine Weile da ist doch nicht schnell er hat irgendwo noch nen Wolf gekillt ne, es war hier die Goblins ach so ein Goblin-Skelette ja, 150 AP halt ja, nicht so Profi und da darf man nicht so viel speichern, oder wie bei dem Spiel? na, Quicksave, das ist eigentlich nicht gewollt vom Spiel mach mal die Brode würde ich sagen oder wohl haben wir noch blaue Flieger die sieht nicht so aus ne das war halt die Zufel ja, das Spiel ist ja eigentlich quasi nicht dafür gedacht, dass wir der Umhang hier äh dass man einen Quicksave macht und dann sagt das Spiel irgendwann so was? Datei kaputt kennst du ja? crasht kaputte Speicherdaten mana, reicht eigentlich ja, mach ich ja, reicht ähm deswegen, das ist nicht so gut wegen an Quatschen hast ich glaube ein bisschen zurück ne, hier rechts ist der Steinkreis, guck mal ach so mach schnell ich will dir so schnell wie möglich wieder weg ok, wir sollten das Ding anbauen wir sollten es alleine machen? naja, der kommt der kommt vielleicht uns jetzt nach ich weiß nicht ne, das kommt noch nicht ich weiß ich will aber gucken ob hier noch welche Gegner rum sind ne wir müssen erst das Ding notieren ok der ist weit weg der ist weit weg der ist weit weg ne, der ist weit weg genau und an diesen Säulen ist halt irgendwo Knöpfe ich will ja auch für die Zuschauer das äh haben wir doch schon beim ersten Steinkreis gemacht ist doch egal ach, jetzt mal es gibt ja auch Leute die schalten da mittendrin rein ne, dann dann haben sie Pech und dann schadet verdammt noch was jetzt gleich von vorne ne hier Penner irgendwo sind jetzt Knöpfe die müssen wir drücken und dann ich hab hier vorne auf jeden Fall einen gesehen hier der hier oder? ne doch, doch da ist einer ich weiß nicht ob die angezeigt werden als Knopf da rechts an der rechten Seite hinten ok das sind mehr warte mal da rot Stöckel warte mal oh nice da sind unten äh äh Schriftrolle hier Scheibe wo 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 hinter der Säule rechts neben dir da sie sehen ich hab ja Angst um die hier ja ja die Wölfe sind da muss trotzdem Wölfe sind nicht schlimm er kann sein dass dahinter der Knopf ist deswegen warum die töten? die Wölfe locker ab die nächsten da musst du dann umschalten ok die Waffe ne Waffe da musst du dann umschalten mit mit A und D glaub ich kannst mit A und D ja kannst du dann die die Ziele wechseln quasi mach du zu machst du immer lass mich erstmal kämpfen ich hab das noch nie vorher gemacht du Penner ich weiß da ist da ist er da ist er da ist er da ist er ja genau sehr schön ok jetzt gucken wo ein Knopf ist hier hinten Dronny ach schön jetzt haben wir einen neuen Kronenstöcke das gefällt mir die haben wir schon genommen oder? ja die haben wir schon genommen das war vor der Steintafel noch ich frage mich wo sind die Wax die Wax sind links irgendwo die sind nicht in der Nähe hier die sind weit weg auf jeden Fall war ja auch keiner ich sehe nichts mehr da müssen aber immer mehr Knöpfe sein die sind immer ein bisschen versteckt vor allem aber wie sie werden als Schalter angezeigt anscheinend es vibriert dann ich weiß ehrlich gesagt will ich aber nicht gerne den dritten Knopf drücken da muss er hinten noch sein in jeder Wahl bisher einer gewesen naja das sind glaube ich vier Dinger oder? ich speichern nochmal richtig ganz kurz Azteki sehr gut ja du hast mich unterrichtet guck mal hier Getränk lecker Relentless gehört glaube ich zu hör auf zu trinken na nicht drücken erst mal trinken erst mal ich glaube ich höre mich auch zu Cola doch mal Relentless Relentless wo steht doch hier Coca Cola Company nie kühlen und trocken kühlen und trocken lange kühlen und trocken lange na steht nicht drauf doch 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 wir haben das mal gecheckt ich glaube die gehören auch dazu oder zu Pepsi oder so kann man ja googlen ob dieses Unternehmen zu Dings gehört ich glaube Relentless gehört zu Dings zu Cola und dieses Rockstar glaube ich zu Pepsi ok was machst du jetzt kommt der Azteker der Azteker der Azteker wenn der Haupteiner kommt ja renn weg fett schnell weg da ist er doch schon wo ist Azteker 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 Schnappertraut 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 so Was können wir jetzt machen? wir machen jetzt wir gehen ins Kloster die Nachricht wegbringen wir und wir gehen im Kloster nachher in einen Ruhstein gucken mach mal kurz B 10 Punkte ja ja wir können in den nächsten Kreis oder wir lernen wie Wie kostet der nächste Kreis? 5? Sprachlehrern ist ja nicht da. Sprachlehrern auch 5 vielleicht? Das weiß ich nicht. Kann sein, dass 5 waren, ja. Würde ja passen, wäre ja ganz geil. Oder links oder was? Nein. Aber doch nichts. Komm mal hin, oder? Mal quicksafe. Vor allem da Larys und Dauntus. Larys. Oh shit. Warum musst du es weg? Du hattest doch noch ein Feuer. Du möchtest aber bitte töten. Wir ficken uns. Sehr gut. F9, oder? Jo. Da war Larys und ich weiß nicht. Machen wir es jetzt. Und die 2 haben verfehlt, oder? Kann sein. Knall einfach raus, warm, warm, warm. Wie lange er steht und ich weiß, woher kommt. Noch einer, komm. Scheißegal. Wegen dir. Er ist tot. 150 Mann. Cool. Die haben glaube ich noch nichts geiles, oder? Hast du noch einen? Nein. Niederes Skelett. Knochen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Krass, oder? Ich muss ja auch für die Elfjährigen ein paar Witze bringen. Das Niveau ein bisschen runterstellen. Das ist zu hoch, sonst für einige. Ein paar hundert fangen dann die politische Diskussionen an. Naja, lassen wir das nicht sein. So. Immer schön den Feuerpfeil behalten. Das gefällt dir. Das ist leider kein Feuerball. Egal. Der hat alles größer, ne? Da hast du ja so ein Batzen. Ein richtiger, ein riesiger. Hast du ein riesiger in Hand wie deine Mutter? So. Okay, jetzt ist er aber wirklich niveaunlos hier langsam, ne? Und wo geht's doch hier runter, oder? Ja, rechts. Nein. Jetzt war man glaube ich der mit den Zweihändern, also so schlecht wär's gar nicht. So, da hat's ja neue Gegner wieder gespawnt. Was wollte ich sagen? Ne, war mir ja schon, als du bist du der Werner hat mir ja schon. Ja, aber danach nicht. Wie gesagt, im Multiplayer. Es gibt einen RP-Server für Gothic 2, bzw. Gothic 1. Multiplayer-RP-Server, blablabla. Was ist RP? Na schon mal, Clared-Roll-Playing. Also so, in der Rolle sein. Blablabla. E-Roll? Ne. Und du meinst, mit A und D kann man die Ziele wechseln, ja? Genau. Also wenn ich halte, kannst du mit A und D so... Achso, nur wenn du hältst. Und das läufst du halt. Mach mal weg und frag mal an, was mit Banditn haben wir ja gemacht. Das bin zwar nicht die auf der Rücke, aber vielleicht... Vielleicht ja doch. Oh, nice. Ah, guck mal. Ich brauche Informationen über eine Waffenlieferung. Waffenlieferung? Ja, die gab es. Irgendein Schwein aus der Stadt hat ihnen so... Einige davon haben die Kerle auf der Brücke. Bei den... Die anderen müssen irgendwo auf dem Weidenplatteo. Vielleicht wollten sie damit über den... Bengashof? Wo ist das... Etwa in der Mitte der Insel Korinis liegt die Taverne von Orlan. Von dort aus gibt es einen Weg Richtung Süden. Dort ist das Weiden... Achso. Bin ich... Was ist denn mit... Nein! Solche Stafeln dieser Art, wilde... Ja, achso. Ah, fuck. Wir hätten drei behalten sollen. Drei schwarze. Für ihn fänden wir noch. Für ihn fänden wir noch. Zeig mir deine Ware. Ne, die haben wir es auch nicht verbraucht. Zeig mich, er dafür schlagen kann. Aber dafür... Hilf mir, mein... Dann kann ich jetzt... Achso. Achja, genau. Nein! Fuck you! Da geht's. Und Wolf... Hau... Hau... Was war rechts? Hau... Bauer. Hau... Ich seh' nichts... So, noch weiter! Ich weiß! Wenn du die ganze Zeit haltest, kannst du ja gleich da hinten ausreißen, ein Glockenbrück bei denen ist. Einfach probieren. Einmal drücken, wenn er Schwung hat, dann nochmal drücken. Ist doch richtig. Geh mal aus dem Busch raus, kann ich dir zeigen. Aus dem Busch raus? Ja. Zieh mal, wie machen wir? Musst du nach vorne? Jetzt nochmal. Achso. Ganz ruhig muss man das machen. Okay. Da darf man nicht in den Stress verfallen. Was muss ich da nicht tun? Ich würde sagen, wir beten mal ne Round, oder? Wir beten mal ne Round, aber erstmal gucken wir noch. Oh, Hühner. Noch nicht, noch nicht. Aber fress erstmal ne Round. Was haben wir denn so? Fisch da? Komm, knallst mal alles weg, was nervig ist. Nee, das dauert zu lange. Nicht in der Folge. Ja, Blau-Frieder. Die Fische da zum Beispiel meine ich. Die Fleisch und... Die Fische? Die Fische, weg. Nicht die Fische. Ach die hier. Fünf der Elfse. Kann man mit Space die nicht auch benutzen? Dass man doppelt benutzt gleichzeitig? Nee. Wenn das machen würde, würde wahrscheinlich das Spiel crashen. Weil es zu viele Informationen sind. Aber selbst Heilpflanz bringt nichts mehr. Nicht mehr so fehlen, ne? Muss echt langsam Dings machen hier. Gut, reicht würde ich sagen. Ich glaube irgendwie Scavenger kriegt das auch so hin. Gucken wir mal. Okay. Ich werde jetzt wieder das abdrücken. Schmeiß nochmal wieder. Schmeiß nochmal wieder. One hit? Ja. Da ist nichts zu holen. Fudel ist alles nicht so geil, was wir hier machen. Ja, wir haben wieder beten. Wie viel Geld haben wir denn? Ja, genug. 797. Alter, wir sind sehr reich, man. Bitte beten. Beten für 100. Mann, hab das ein. Sehr gut. Noch 100 Mal, dann hat es sich gelohnt. Komm, unsere Anleitung. Voll, ich finde das nicht zu geil gerade. Warte mal. Apala. Los geht's. Achso, ich sehe den anderen nicht. Ich würde nur gucken, wegen dem Ziel wechseln. Nur 3 Stück waren es, ne? Pull. Oh, Leute, ich zieh mich gar nicht. Trottel. Sieh noch auch nicht. Jetzt. Ich glaube, der Stein? Ja, ja, ja. Trifft nicht. Das ist aber Laris trifft da, weißt du. Aber jetzt kann man gegen die Blocken, ich weiß gar nicht. Hier ist es glaube ich nicht. Na, da muss ja auch gehen. Was? Gegen Tieren muss ja auch gehen. Ne, da weichst du mehr zurück, aber das kannst du halt nicht machen, weil ich die ganze Zeit halte. Deswegen ist es ein bisschen unpraktisch. Noch ein, noch ein, zwei Folgen, dann ist er wieder gut hier. Das guckt mich ziemlich an. Nö, ich hab da kein Problem. Das ist auch nicht. So stark sind die Gegner jetzt auch nicht. Das ist halt richtiges Korb, weißt du? Was wir hier gerade machen. Das war bei... Ja, hier braucht ihr eine Nachricht? Ja. Das war ähm... Ah ja, genau. Ich habe eine Botschaft von Vatras. Das wurde der P. Nice. Wie lautet diese Botschaft? Das ist dein Brief. Hier. Ist er aufgestanden. Zum Lesen. Gut. Du kannst Vatras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Und jetzt zurück. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. Und er gibt uns auch nochmal zwei Tränke. Zeig mir deine Ware. Komm, segne mich. Ich segne... Bringen nichts. Wollen wir uns... Wollen wir uns... Hops. Hm? Dieter mitnehmen? Bringen wir alle Leuchte. Oh, 1000... 1330. Aber nur Mana ist auch doof. Nee, Mana und Leben. Also 10 Mana und 30 Leben. Ja. Äh... Aber... Verkauf mal die mit so einem Müllwaffen da drüben. Zeig mir die verkaufen, ja. Das will gerade eben. Also um die. Okay. Mh... Mh... Habe ich einen Punkt einfach mal anziehen, ob meine Augen um die ausgezogen ist. Nee, aber nicht. Kann man die aufmachen? Ja. Soll man vielleicht mal aufmachen. Da die Krallen und so können wir verkaufen. Wirst du die? Nee, würde ich jetzt nicht... Die Mainkrauder. Die Mainkrauder haben wir nicht hier. Die Feldrauber zusammen. Die sind immer gleich billig, die Scheißdinger. Na gut. So... Säge und Hammer und so ein Scheißkostner verkaufen. Pfanne. Einen behalten. Ich weiß nicht, ob man manchmal bei diesen Dinger einen braucht. Ja, behalte einer. Braucht man Zange für den Schwefel... Für den Rudentisch? Oder ist die automatisch mit dran? Wir holen uns einfach mal einer noch wieder. Nee, 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 nee. Das war doch Zange, oder? Ja, aber sie kosten 100. Und wir haben gerade 15 Uhr bekommen. 100? Ja. Das ist ja gesagt. Ein. 100? 100, ja. Das ist ja für eine Zange. Eine sehr teure Zange. Das ist ein Brauchtzucker. Richtiger Wichser. Gib mal hoch. 15. Nee, ich mein links da. Nee, Pech brauchen wir manchmal, ne? Pech? Ja. Dann brauchen wir für... Ja, behalte mal. Silber... Silber bringen, ne? Ja, verkaufen und das war's dann. Äh, genau. Diese können wir aufmachen, die drei. Ja. Hier komm ich raus. So. So. Möge ihn los. Ach, schnau doch halt die Fresse. So ein Penner, Alter. Das haben wir mega abgezockt. Echt, oder? Ziemlich schade, dass es nicht so Rückkauf gibt, wo man sparen kann. Apfel-Tabak. Ah! Okay, ich glaube ich habe gerade aufgemacht. Aber versucht. Ach so, die Klappmuscheln, oder? Ah, genau. Die Muscheln machen auf. Wo sind die? Hoch. Da. Ja. Ja, gerne. Nice. Menschen. Nee, Muschelfleisch. Menschenfleisch. Wollen wir noch weiter? Ja. Irgendwo waren die noch. Rechts. Und das Gold, ne? Nein. Ich sehe auch gar nichts mehr. Ich sehe dann nicht. Wahrscheinlich nicht mehr. Wie viel ist die Perle wert? Gib mal hoch. Wie viel? Ach so, Perle. 120. Geben wir eben hier nur 20 oder so. Ja, locker. Nicht die Gewichser. Müssen wir uns klochen? Ach ja, wegen dem Kreis. Ja. In dem Kreis wollten wir ja gucken, ob die uns da, wie teuer das ist quasi. Hm. Ja, doch klar, dass die da sind. Schlafen. Ja, aber ich habe keinen. Willst du einen Drink trinken? Ich möchte einen, einen Würzeln oder einen Tranken. Ja, das Tranken. Wir haben so viele Tranken mittlerweile. Keiner gesehen? Hm. Ja, so 15 Mana haben wir sicherlich verschwendet. Wer hat, ne? Ja, wer hat, der hat. Genau. Ich habe dir auch wieder geklafen. Schieße weiter. Oh, voll. Kein Problem, Alter. Ohne Hilfe vom krassen Magier, der einem widernehmend steht. Nichts zu. Dämmlicher Penner, ey. Weißt du noch die crazy Aktion mit diesem behinderten Glühgrümchen, ey? Ja, der Fudel weiß noch anscheinend. Ne, nein, Fudel. Ne, nicht Mau, geh weg. Nein, Fudel, geh weg. Warte, ich nehme sie. Warte, ich nehme sie. Ah, Fudel. Genau, nimm du sie. Ich steck mal die Waffe wieder weg. Oh, wir sollten langsam mal 25 Minuten tun, das ist schon ein bisschen happy, oder? Ja, Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.